Musik 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 Svadeika, heute koki ich Wigga Thali. Bamii Pad Tofu Oder gebratte Tofu mit Nudeln und Gemüse Ant Soya Sose. Musik Für diese Gericht braucht man geblattet Tofu, Chinacorn, Nudeln, Erbsen, Bokorie, rote Paprika, Sojaspausen, Sojasauce und Pinsensoße. Zuerst wir machen Öl da drin, warten bis Öl ist heiß genug. So und dann Tofu, wir geblattet bis Tofu ist heiß. Wenn Tofu genug geblattet, dann kommt Gemüse. Chinacorn, Bokorie da drin, ein paar Erbsen. Und wir braten weiter, bis das Gemüse schlappt. Jetzt geblattet beide zusammen. Und jetzt kommt Sojasauce. Ungefähr zwei Esslöffel. Und danach ein Esslöffel von Pinsensoße. Sojaspausen machen wir nicht so lange. Sojaspausen muss knackig. So. Fertig. Hmm, lecker! Ja. Sojaspausen. Sojaspausen.